4. Juli 1118, hier ist Herzog Konrad von Meißen. Zurück aus dem Festmale kann ich mich wieder um die ein oder anderen Dinge kümmern und scheinbar haben sich schon ein paar Briefe bei mir gestapelt. Was haben wir denn hier? Hallo, hier ist ein Spion aus dem Angrier-Bereich, aus der Nähe von Bielefeld, ist dem so... Wo befindet sich denn dieses Bielefeld? Naja, er schreibt, die Umstände sind hier sehr widerwärtig. Im Volksmund behauptet man sogar, dass es Bielefeld gar nicht gäbe, weil es ebenso widerwärtig ist. Ich hoffe, dass euer Reich bis hierhin ausgedehnt wird. Hm, eine sehr interessante Nachricht, wie ich finde. Bielefeld. Ich glaube, diese Stadt oder dieses Dorf ist uns nicht bekannt. Aber es ist gut zu hören, dass es Uneinigkeit in Angrier gibt. Wobei, mit Herzog Magnus von Angrier verstehe ich mich ja sogar relativ gut. Wir wollen da mal nichts überstürzen. Meine jüngste Tochter Julia ist übrigens noch nicht verheiratet, aber sie ist erst zwei. Wir haben noch ein bisschen Zeit, genauso wie für meinen Sohn haben wir noch Zeit. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nun, im Jahre 1118 wollen wir nun also schauen, was die weitere Zeit für uns bringt, nicht wahr? Was, Michaela Krähnsturm sagt ihr da? Es gibt kein Bielefeld, werter Herr. Dieser Mann muss euch belogen haben. Hm. Er hatte in seinem Brief ja auch etwas geschrieben, dass es dort so widerwärtig ist, dass dieser Ort dann doch nicht existiert. Höchst kurios, wie ich finde. Höchst kurios. Wir scheinen zu Graf Rogos ein wenig die Beziehungen verstärken zu können. Ich hoffe doch, dass das erfolgreich sein wird. Ah, meine Frau hat es auch geschafft, wie auch immer, dafür zu sorgen, dass der Unterhalt für unser Kriegsvolk deutlich geringer ausfällt. Sehr gut. Dieser Kaiser, er wagt es mir, diesen Brief zu schicken. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Doch ich habe keine andere Wahl. Ich muss eure Berufung als Ratskanzler des Heiligen Römischen Reichs mit sofortiger Wirkung zurückweisen. Gezeichnet Kaiser Egbert. Wer denkt er, wer er ist? Dieser Kaiser. Zum zweiten Mal hält er mich hier zum Narren. Zum zweiten Mal bietet er mir einen Ratsposten an, nur um ihn mir kurz danach wieder wegzunehmen. Ich werde sicherlich nicht diesem Kaiser huldigen. Ganz im Gegenteil. Ich bin tief enttäuscht von diesem Mann. Tief enttäuscht. Wie sieht denn die aktuelle Kaiserwahl aus? Wer, wer wird denn gewählt? Herzog Heinrich, der Neunte von Bayern. Ein sehr alter Mann. Ich glaube nicht, dass er noch lebt, wenn es zur Kaiserwahl kommt. Prinz Ulrich, der Sohn des aktuellen Kaisers. Die Frage ist, ob der wie sein Vater ist oder ob wir anderes erwarten dürfen. Hm. Wir wissen es nicht genau. Ah, und wie ich da hinten sehe, kommt ein reisender Händler mit einer kleinen Truhe Gold für mich. Ich grüße euch, werter Herr Joe. Von Rusti. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich werde sie nicht vergessen. Und auch Mattia begrüße ich am Hofe von Wittenberg. Es scheint, dass sogar eine Person uns wählt. Herzogin Beatrix. Ah, interessant. Von Niederlothringen. Ich habe allerdings sicherlich nicht die Ambition, Kaiser zu werden. Nein. Das ist die Verantwortung. Die Arbeit, die einem dort aufgehalst wird. Nein, nein. Ich möchte, dass mein Herzogtum Meißen wächst und gedeiht. Ich möchte sicherlich nicht Kaiser werden. Prinz Fradis. Was? Prinz Fradislav? Ist das... Nein, das ist ein anderer Fradislav. Ich hatte schon Sorge, dass das unser verhasster Fradislav ist. Aber es ist einer aus der Prämis-Lüden-Dynastie, ehemals aus Böhmen. Tja. Man hat das Gefühl, das ist ein wenig Pest und Cholera. Wir müssen mal abwarten, wenn der alte Heinrich aus Bayern stirbt. Wer dann eventuell gewählt wird, nicht wahr? So sei es. So sei es. Nun gut. Nun gut. Nun gut. Nun gut. Wir wollten das Golde noch nutzen. In Berlin eventuell eine Kaserne errichten. Das Land muss ausgebaut werden, nicht wahr? Das Land muss ausgebaut werden. Ach. Was haben wir denn hier? Michaela Krähensturm. Ihr macht euch wahrlich bezahlt. Herzog Hermann von Kärnten. Er hat im Verborgenen einen Komplott geschmiedet, um Herzogin Otelindis zu ermorden. Und er hat es scheinbar geschafft. Er hat seine eigene Ehefrau ermordet. Dieser kleine Herzog, ich hörte, ihr seid sehr großzügig, werter Herzog. Da habt ihr doch sicherlich nichts dagegen, mich ein wenig teilhaben zu lassen an dieser Großzügigkeit, nicht wahr? 50 Gold, würde mir reichen, dass ich keine unschönen Dinge am Kaisershof weitererzähle. Sehr gut. Ein Weiler wurde in Brandenburg gebaut, ausgezeichnet. Und es ist tatsächlich ein weiterer Sohn geboren worden. Meine Frau hält ihn in den Armen. Ein weiterer Sohn, der nun in meiner Familie lebt. Was schlägt mein Hofe vor? Wie soll dieser Sohn von mir benannt werden? Mein älterster Sohn heißt Timo Marius, wird ihn zu Wittenberg. Waldarett. Wir könnten ihn auch Waldreck nennen. Wulfric. Wulfric, auch ein sehr guter Name. Was schlägt denn Petter vor? Er ist sehr alt, aber ich glaube, euer Ratschbizelin könnte für ein schnelleres Ableben des alten Mannes sorgen. Ach, Chevalier. Ihr meint den Herzog von Bayern? Ich habe kein Interesse daran, dass er stirbt. Wilhelm. Ja, Wilhelm ist wahrlich ein vortrefflicher Name. Wilhelm Bettin zu Wittenberg. W-W-W. Ausgezeichnet. So soll es sein. Wilhelm Bettin zu Wittenberg. Nun, vielleicht sollte ich mich dann noch selbst um diesen zweitgeborenen Sohn kümmern. Wer, Mathilde sollte doch hoffentlich schon von Michaela Krenstum ausgebildet werden. Das heißt Julia. Die gute Julia. Sie hat leider noch keinerlei kindliche Eigenschaft gezeigt, wie wir sie irgendwie einschätzen können. Aber es soll sich jemand anderes um Julia kümmern. Wen hätten wir denn hier? Hm. Vielleicht jemand, der sich ein wenig in der Diplomatie auskennt? Wo ist unser Ratskanzler? Er scheint nicht zur Verfügung dafür zu stehen. Hm. Oder sie wird vielleicht ein wenig in der Bildung ausgebildet, meine kleine Julia. Von Arok, unserer Hofärztin. Wir können es ja erstmal damit versuchen. Ich selbst werde mich um meinen zweiten Sohn Wilhelm kümmern. Es ist immer gut, zwei Söhne zu haben. Falls Gott bewahre, dem einen Sohn etwas zustößt, das wollen wir sicherlich nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wann können wir noch einmal zu einer Jagd ausreiten, um ein bisschen Wildbrät zu erlegen? Erst in zwei Jahren. Nun gut. Die letzte ist wohl noch nicht zu lange her. Was? Wer hat da gerade gerufen? Langlebe der Kaiser? Der Kaiser, der uns, unseren Ratsposten direkt wieder abgenommen hat, nachdem er ihn uns verliehen hat? Niemand an meinem Hofe wird Langlebe der Kaiser rufen. Habt ihr verstanden? Ah. Der werte Graf Glaro beehrt uns am Hofe in Wittenberg. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Reise. Nun. Ach, scheinbar hat Michaela Krenstumms sämtliche Geheimnisse des Kaisershofs herausgefunden. Ähm. Nun gut. Ihr werdet es am besten wissen. Kommt an meinem Hof zurück. Sorgt dafür, dass Komplotte gegen mich gestört werden. Das ist doch eine gute Nachricht. Sehr schön. So soll es sein. Seid mir gegrüßt, verehrter Herr, spricht der Graf Glaro zu uns. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. Ich denke, wir sollten uns nun um die geplanten Erweiterungen im Osten kümmern. Wir haben hier noch Waffenstillstand. Aber was ist mit Graf Stratz von Prenzlau? Gegen ihn können wir doch Krieg führen, nicht wahr? Einen Krieg um die Grafschaft. Ich denke, es wird ein schneller und unkomplizierter Krieg werden. Wir werden die Gebiete hier noch vereinen, wie es sich gehört. Truppen, macht euch bereit. Sammelt euch im Wald an der Grenze. Ich will in voller Stärke gegen die Feinde ziehen. So ist es nun verfügt und so soll es sein. Und es werden Grüße aus dem kleinen Dorf des Sulz erbracht. Sehr gut. Alonso. Avanti, Avanti. Angriff. Graf Don de Leon. Welch ein hervorragender Angreifer. Mit in die Schlacht. Wir werden sie von zwei Seiten attackieren und in die Zange nehmen. Ich mag selbst vielleicht nicht genügend von militärischem Geschick verstehen, aber Graf Don de Leon dafür umso mehr. Er wird diesen Krieg sicherlich schnell und erfolgreich führen. Ah, endlich kann ich mein Schwert wieder in Eidenblut tauchen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Werter Graf, Jevalier Konstantin Kloth. Als einer meiner besten Ritter seid ihr natürlich mit in der Schlacht dabei. Das ist klar. Ihr seid in der Armee von Graf Alonso. An der Seite von Girold, Klokowski und Alonso. Selbst. Meine anderen Ritter sind Graf Don de Leon selbst, Graf Friedrich, Graf Petter der Wolf und Tomasje. Ihr wünscht, mein Herr. Die Feinde des Reichs werden von uns niederknien, sagt Petter der Wolf. Der Verbündete. Ah, mit 400 Truppen wird Teil des Krieges. Das will ich sehen, dass diese 400 Truppen ein anderes Ergebnis nach sich ziehen. Oh, und bevor die Schlacht richtig beginnt, ist unser Bischof gestorben. Im Alter von 53 Jahren. Wir haben aber da scheinbar einen neuen, noch besseren und, äh, ja. Etwas jüngeren Bischof. Naja, 47 Jahre. Bischof Marian von Meißen. Ich bin zufrieden mit dem Mann. Sorgt er auch dafür, dass der katholische Glaube verbreitet wird? Es ist kein Anliegen von mir, aber es, nun, wird von mir erwartet, dass wir das tun. Also soll es getan werden. Gut, gut. So sei es. Schauen wir uns diese Schlacht einmal genauer an. Wie es scheint, hat der Gegner einen deutlich größeren Vorteil. Woran liegt denn dies? Ja, weil er gegen Katholiken, weil sie gegen uns Katholiken kämpfen, wie es scheint, kämpfen sie noch erbitterter für ihren Glauben. Tja. Und auch... Der Kriegsführungswert des Gegners ist relativ hoch. Er führt die eigene Truppe an. Das ist der Graf, der selbst in der Schlacht führt. Naja, vielleicht können wir ihn gefangen nehmen. Und er ist stolz. Sie sind stolz. Ha. Pah. Dafür kommen wir gerade noch mit der südlichen Armee. Sie denken, sie haben vielleicht eine Chance gegen 2700 Truppen mit ihrer Verstärkung. Aber wir werden sie zermalmen mit den Verstärkungstruppen, die jetzt aus dem Süden herauskommen. Unser Ritter Girold Glokowski konnte Jindrich zu Pomarza verstümmeln. Sehr gut. Sehr gut, Ritter. Weiter so. Weiter so. Und jetzt haben wir alle da. 5000 Truppen gegen dieses 700. Wir werden sie vernichten. Wir werden sie zermalmen. Wir werden obsiegen. Oh, hier wurde jemand exkommuniziert, wie ich hörte. Gräfin Bertha von Maastricht. Hört, hört. Hört, hört. Ah. Ein Ritt... Ein Söldner. Wanzaga schließt sich uns in der Schlacht an. Ich grüße euch. Kämpft für meine Truppen. Kämpft für unser Ziel. Vernichtet die Ungläubigen. Sehr gut. Nun gut. Ich würde vorschlagen, wir teilen vielleicht sogar unsere Truppen einmal auf. So möge alles schneller vonstatten gehen, nicht wahr? So sei es. Wir könnten sogar darüber überlegen, ob wir nicht unser Kriegsvolk ein wenig nun verbessern möchten. Ein paar mehr Mangonellen langfristig sollten uns die Belagerungen doch um einiges erleichtern. Ah, und in dem Zuge dieses Krieges hat meine Herzogin Beatrice mal wieder sehr gute Arbeit geleistet. Sie hat dafür gesorgt, dass die Aufgebotsgröße steigt in unseren Gebieten. Sehr gut. So soll es sein. Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln. So ist es, werter Graf Klaro. So ist es. Und wir sind ja immer noch im Briefwechsel mit Rogos. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reichs nach Olamünde ziehen, wo mein Ratskanzler Graf Rogos residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, könnten sicher nicht schaden, seine Meinung von mir etwas zu verbessern. Aber wollen wir dafür wahrlich Gold aufwenden? Ich bin mir nicht besonders sicher. Für 75 Gold? Nein, das ist es mir nicht wert. Nicht bei Graf Rogos. Ich schätze ihn, aber ich werde dafür kein Gold aufwenden. Die weitere Schlacht haben wir gewonnen. Die Belagerung geht gut voran. Sie scheinen nicht aufzugeben, diese Ungläubigen. Sie scheinen sofort wieder in die Schlacht zu marschieren. Sie scheinen einfach nicht zu wissen, wann es endet. Ah, die Holzkaserne in Berlin wurde gebaut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ach, verflucht. Graf Rogos war nicht gerade beeindruckt von meinem letzten Brief. Eine weitere Schlacht im Westen. Was? Mein Cousin? Erl Edmund wurde erschlagen. In der Schlacht von Wildshire. In England, nicht wahr? Jaja, unsere Verwandtschaft in England, die einst mein Vater geknüpft hat, existiert immer noch. Sollten sie auf ewig eure Schwerter schmecken. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Wir kämpfen völlig in Überlegenheit gegen die Feinde. Was haben wir denn hier? Graf Zimislav, der Pfähler von Varnabia. Ah, unser Feind hier im Krieg. Die meisten Gemeinden, die in der Grafschaft von Rupin leben, stammen aus der polarbischen Kultur. Sie sind stolz auf ihre Traditionen und es gefällt ihnen gar nicht, dass sie einem Fremden dienen müssen. Wodurch mein Nachbar Graf Zimislav ihre Kultur und Geschichte teilt. Ich werde Ihnen zeigen, wie überlegen die sächsische Kultur ist. Ja, durchaus. Ja, wir werden versuchen, dafür zu sorgen, dass Rupin sächsisch wird. Aktuell ist es immer noch polarbisch. Ha! Ich hatte Erfolg! Die sächsische Kultur verbreitet sich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und auch meine Hauptbücher werden immer detaillierter. So soll es sein. Wir haben einen unserer Söldnertrupps entlassen. Hervorragend. Hervorragend. Ah, ein weiterer Soldat. Farg, nennt er sich. Schließt sich unseren Truppen an. Ich grüße euch. Es freut mich, dass ihr für mich kämpft. Wir haben die Belagerung hier gleich gewonnen. Ich würde vorschlagen, wir plündern noch die westliche Stadt. Danach schließen wir Frieden. Können wir denn von der Dame Lösegeld fordern? Magdalena. So sei es. Lösegeld wird gefordert. Lösegeld wird gefordert. Die nächste Belagerung ist gleich gewonnen und sollte uns vielleicht noch ein bisschen Gold bieten. Ein katholischer Kriegerorden wurde gegründet. Die Johanniter. Vom König von Schweden, wie es scheint. Hört, hört. Sehr gut. Wir haben 21 Gold noch in Vanabia plündern können. Wir können Frieden schließen. Wir fordern die Grafschaft, wie es uns zusteht. Einen wertlosen Konrad. Mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesen Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Mit Verlaub, Stratzze Pommerzah. Tja, der Feigling ist geflohen. Soll er wegrennen, dieser Mann. So sei es. Brenzlau gehört uns. Brenzlau gehört also uns. Nun, Brenzlau. Brenzlau. Hm. Was ist geschehen, dass wir dieses Gebiet nicht mehr selbst verwalten können? Vor kurzem war dies noch möglich. Irgendetwas hat sich verändert. Ich weiß leider nicht mehr, was genau. Hm. Meine Ehepartnerin hat uns ein Bündnis mit Boletto im Süden gebracht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mich von Brenzlau nun verabschieden. Oh, Beatrice ist schon wieder schwanger. Sie scheint jetzt am Ende durchaus sehr fruchtbar zu sein. Und ich scheinbar auch noch mit meinen 46 Jahren. Nun gut, wir sollten Brenzlau an jemanden vergeben. Ähm. Nun, alle Männer in meinem Rat, die Land haben können, haben Land. Ich glaube, es gibt nach wie vor niemanden aus unserer Dynastie, der selbst noch kein Land hat, nicht wahr? Meine Brüder. Wenzel Vertin. Der allerdings nach wie vor der älteste Sohn von Raphael ist. Er hat sonst nur Töchter. Der gute Mann. Hm. Wen also sonst? Mein zweiter Sohn? Nein. Ich möchte meinen Söhnen noch nicht direkt Geld geben. Mein zweiter Sohn ist auch noch jung geboren. Das sollte nicht sinnvoll sein, wie ich finde. Ähm. Schauen wir doch mal, was wir für Möglichkeiten hätten. Mein Ratsmarschall hat schon Land. Wen finden wir denn hier? Witzlav. Ein Katholik, der sich in der Verwaltung auskennt. Ah. Er könnte Graf Raphael das streitig machen. Er ist 39. Genauso alt wie mein Bruder. Aber wieso nicht? Ein Mann, der fähig ist zu verwalten. Soll verwalten, wie ich finde. Wieso eigentlich nicht? Wir werden ihm das Land geben. Kann ich noch dafür sorgen, dass er sexisch wird? Wahrscheinlich nicht sofort. Aber vielleicht sorge ich dafür, wenn er das Land bekommt von mir. Graf Witzlav von Redaria. Nein, ich kann wohl nicht dafür sorgen, dass er die sächsische Kultur annimmt, wie es scheint. Schade. Wie enttäuschend. Wie enttäuschend. Na gut, dann ist es eben so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nun gut, nun gut. Das haben wir geklärt. Und hier haben wir noch Waffenstillstand. Haben wir jetzt einen neuen Waffenstillstand eigentlich? Schauen wir doch mal kurz. Der Waffenstillstand geht nur noch neun Monate. In neun Monaten werden wir auch Warnabia, oder wie es heißt, noch erobern. Was ist mit Lusazia? Ich denke, dieser Fradislav ist es nicht wert, dort zu herrschen. Dessen Familie wollte uns nur umbringen. Ich finde, das Land sollte ihm weggenommen werden, nicht wahr? Ja. Durchaus. Wir hoffen, dass die Polen keinen Überfall auf uns vorhaben, genauso wie die Dänen. Wobei, mit den Dänen können wir es mittlerweile aufnehmen. Vielleicht ergibt es sich langfristig noch eine Chance, die Gebiete der Dänen zu entwickeln. Aber, nun beschäftige ich mich erstmal mit meiner Familie. Denn Mathilde, meine erstgeborene Tochter, ist erwachsen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Sie scheinen ein echtes Verständnis dafür erlangt zu haben, wie man Talente einsetzt. Sie kennt nun viele Wege, das zu bekommen, was sie will. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie sich der politischen Implikation dieser Wünsche sehr bewusst ist. Sehr gut. Eine undurchschaubare Intrigenspinnerin. Ihre Ausbildung ist geglückt. Hinterlistig ist selig fleißig. Ich bin stolz. Mathilde ist eine gute Frau geworden und kann jetzt Herzog Georg viele Bettinas Söhne schenken. Wir befinden uns im Hochmittelalter. Wie es scheint. Ah, ich hoffe doch, dass die Erbherrschaft dadurch noch schneller kommen kann. Nicht wahr? Was haben wir denn hier? Die 14-jährige Herzogin Jutta, die Zweite von Westfranken, schreibt uns, es würde mich entzücken, wenn eure Tochter Julia von, an eurem Hofe mich in Frankfurt besuchen könnte, um ihre Gleichgestellten zu treffen. Ich lade jeden von Rang und Namen ein, wozu leider auch sie zählt. Was heißt hier leider? Natürlich wird sie kommen. Natürlich wird sie kommen. Selbstverständlich. Ich möchte noch mal anmerken, dass in diesem schnellen Krieg unser Ratsmarschall Graf Don Deleon sehr gute Arbeit geleistet hat und uns zu einem schnellen Siege mit seiner Taktik gebracht hat. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Verflucht. Wir vergessen die nordische Sprache, die wir einst erlernt haben. Wie traurig. Wie traurig. Oh! Du meine Güte! Julia Jutta, Herzogin Jutta, die Zweite von Westfranken, die 14-Jährige, die gerade meine Tochter zu einem Spieltreffen eingeladen hat, ist wohl bei ihrem Spieltreffen gestorben, oder was? Sie ist ertrunken! Haben Sie wohl am Fluss gespielt? Äh, geht es denn dir gut, meine Tochter? Julia. Ich meine, sie ist erst vier. Ist alles in Ordnung bei dir? Herrisch ist sie. Hm. Na ja, mit ihr scheint ja alles in Ordnung zu sein fürs Erste. Na gut. Herrisch. Sie scheint sich also für die Verwaltung oder die Kriegsführung zu interessieren. Ich verstehe. Nun, ich meine, ich muss mich zeitnah um meinen Sohn kümmern, dass er eine bessere Ausbildung dann noch erhalten soll. Eine Prüfung Gottes. Ja, für wahr, für wahr. Ah, und Don Deleon ist geehrt, wie er mir zukommen lässt. Sehr gut. Verlobte können heiraten. Einverstanden. So sei es. Meine älteste Tochter ist jetzt nach Schweden gefahren, mit ihren 16 Jahren und wird dort leben und lieben, hoffe ich doch auch. Ein wenig. Die polarbische Kultur. Was? Rogos ist nicht sexisch? Äh. Na gut. Ja. Die Polaben sind gute Menschen. Ich gebe es ja zu. Ein weiterer Sohn. Nun, ich möge mich ja darüber freuen, wenn ich doch nicht wüsste, was alles passiert, wenn wir viele Söhne haben. Ich verstehe mich vielleicht auch nicht unbedingt mit all meinen Brüdern und mein Vater hatte dasselbe Problem. Aber gut, wir dürfen uns dennoch freuen. Ein dritter Sohn, ein stolzer Spross in der Vettin-Dynastie. Meine werten Höflinge, meine werten Vasallen, Vorschläge, wie soll mein dritter Sohnemann heißen? Ich bin offen für Vorschläge. Was meint ihr dazu? Es ist nichts Besonderes bei ihm bekannt. Bei diesem Manne. Don Deleonden. Ein Sohn. Glückwunsch. Vielen Dank, Don Deleon. Vielen Dank, vielen Dank. Ich würde den Namen Jal vorschlagen bei euch. Heißt es, glaube ich, Carl. Ihr meint Karl. Karl könnten wir tatsächlich uns überlegen. Karl Vettin zu Wittenberg. Wäre durchaus ein stolzer Name. So soll er Karl heißen. Einverstanden. Auch Siegfried wäre ein guter Name gewesen. Meine Glückwunsch zu eurem Sohn, mein Herr. Danke. So, es scheint, dass der Papst mal wieder freudig darauf hinabblickt, dass wir gegen Ungläubige kämpfen. Er möchte einen Beitrag leisten, so sei es. Wir nehmen das Gold des Papstes gerne für unsere Zwecke entgegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Gräfin scheint wieder ein bisschen Gold zu haben. Die 21 Gold werde ich ihr abknüpfen. Sehr schön. Nun gut, in Kürze können wir hier den nächsten Krieg erklären. Noch wenige Monate, und ich hoffe doch auch, dass wir bald wieder eine Jagd veranstalten können. Im Oktober werden wir gemeinsam wieder zur Jagd ausreisen. Dann war es dies erst einmal mit diesem Chronikeintrag und wir werden sehen, was uns die Zukunft bringt. Gezeichnet Herzog Konrad von Meißen aus dem Hause Wettin zu Wittenberg am 27. Juli 1120. 2220. 20 Förs